ein wahnsinnig in anführungszeichen beliebtes weil häufig nachgefragtes thema innerhalb der helium community ist die ist das thema korrekte besteuerung hat man ein gewerbe wenn man einen meiner betreibt ja oder nein da war der standpunkt von dominik als wir am 29 dezember 2021 so lange gebraucht ist tatsächlich bis die ämter einem antworten teilweise unser interview durchgeführt haben was mittlerweile über 11.000 aufrufe hat an diese stelle vielen herzlichen dank und wenn ihr leute kennt die fragen zum thema helium besteuerung haben dann schickt ihnen unbedingt den link zu diesem video beziehungsweise schaut euch die dienstleistung vom dominik freber an das wird alles sowieso natürlich wie beim letzten mal auch in der beschreibung von diesem video verlinkt werden und wie bereits gesagt hat es ein wenig gedauert bis wir beziehungsweise bis dominik aussagekräftige antworten bekommen hat und auch eine genügende menge an antworten bekommen hat und daraus eine aussage ableiten zu können nach gerade einmal einem viertel jahr ist es dann endlich soweit und wir können jetzt uns das ganze anschauen dominik danke dass du dir heute für die helium community zeit nimmst dass du dir diese aufgabe das zur brust genommen hast die ämter anzuschreiben und ja erzähl es ein bisschen was du machst und was du erfahren konnte ist in den letzten paar monaten und wochen ja gerne danke marco dass du mich wieder eingeladen hast zu einem kleinen follow-up wir wollen mal schauen was aus dem projekt ist ja so ein bisschen wir beide hier durch das video bei dir auf die beine gestellt haben was aus diesem projekt geworden ist und deshalb bin ich froh dass ich noch mal hier sein darf und darüber ein bisschen berichten kann also wir haben ja dann am ende zwei anschreiben aufgesetzt jeweils für jeden mandanten zwei anschreiben aufgesetzt jeweils 1 für das gewerbe und 1 für das finanzamt wobei die sich sehr ähneln beziehungsweise identisch sind aus deiner community und von meinem eigenen newsletter und meinen netzwerken haben sich dann einige gemeldet die diese angelegenheit für helium geklärt haben wollten aber auch mxc und planet watch hatte so viele nachfragen dass wir gesagt haben kommen die nehmen wir noch dazu und dann war es so dass wir für einige menschen diesen auftrag dann bekommen haben dass wir diese anschreiben ans gewerbe und finanzamt schicken sollen und dann gingen die raus ja das war dann im neuen jahr mit januar ging das dann los und genau du hast ja dann schon am 21 januar bei mir angeklopft und wie sieht es aus aber wie du eben selber schon mal gesagt hast so schnell malen dann die mühlen der deutschen behörden nicht dass man drei wochen später schon eine antwort hat und so hat jetzt ein bisschen gedauert aber jetzt sind ein paar ja das ist auch wie gesagt statistisch ein bisschen auswertbar ist wenn ich jetzt eine antwort bekomme weiß ich ja auch nicht war das jetzt irgendwie glück oder pech ja wie das so ist bei statistik wollten wir warten bis ein paar draußen sind genau also sind diese zwei anschreiben rausgegangen ach so by the way es hat ein paar von euch noch gefragt wie das jetzt dazu kam ihr habt dann bei mir nachgefragt wie war das mit dem honorar ich sagte 199 euro jetzt für das anschreiben wenn es ein netzwerk ist und da waren ein paar von euch ein bisschen erschrocken es stimmt natürlich am ende wenn wir so ein projekt machen ich tummle mich hier als einer der ersten steuerberater in dem bereich von crypto überhaupt und dann auch in so einem teil der jetzt bei uns im in der branche als legal tech bezeichnet wird überhaupt die leute zu suchen durch menschen wie dich marco dass ich sage okay ich warte jetzt nicht zufällig wer klopft bei mir an die tür wer fragt nach okay das ist einmal ein handwerker dann ist es einmal ein privates einkommensteuermandat dann muss ich das ganze steuerrecht können und kann eben irgendwie auch gar nicht so viel multiplizieren was ja heute gerne alle online und digital machen möchten so das haben wir jetzt zum ersten mal eigentlich so richtig probiert auch das zu multiplizieren und normalerweise das ist beim auto genauso müsste der prototyp das wisst ihr drei millionen euro kosten und danach jeder weitere wagen von der stange halt dann nur noch 12.000 euro das macht der große auto konzern nicht und das habe ich auch nicht gemacht in dem projekt sondern ich habe es auf viele umgelegt es waren jetzt leider nicht 50 oder 100 leute die da gefragt haben und von daher ist es jetzt für mich so aufgegangen aber ich kann diese schreiben nicht in zehn minuten copy pasten und dann für zehn minuten arbeit rausschicken ja komme ich auch später noch mal drauf dass du vielleicht als hintergrund dass ihr das auch ein bisschen begreifen könnt weil ich weiß viele von euch hatten noch nicht mit dem steuerberater zu tun und wissen nicht dass das honorar normalerweise wenn sowas angefragt werden würde bestimmt direkt bei 2000 euro landen würde wenn ich das einmal machen würde für einen menschen dann würde das vielleicht diese zig stunden die ich daran gesessen habe rechtfertigen das also nur by the way und dann geht es jetzt weiter mit der auswertung der bisherigen schreiben das finde ich nämlich ganz spannend wie gesagt jetzt sind ein paar monate rum auch wenn heute auch noch welche nachgefragt werden von diesen schreiben sind ist jetzt die erste große welle erst mal ein paar wochen oder zwei drei monate rum und die ernüchternde nachricht ist auch nach der zeit sind 50 prozent meiner anschreiben noch überhaupt gar nicht beantwortet so von der von den 50 prozent die beantwortet sind ist die hälfte also absolut gesehen 25 prozent sagen uns müssen wir auch nicht ist unklar da kommt dann die antwort wie das klärt irgendwann das finanzamt oder das finanzamt sagt ach mach erstmal die einkommensteuer und dann schauen wir uns das an und dann gab es ein paar also 13 prozent die sagen ja es liegt ein gewerbe vor und sechs prozent von den anschreiben sind alles gerundet natürlich die zahlen sagen es liegt kein gewerbe vor so das war jetzt auf jeden fall das was wir wollten das ist jetzt schade dass es so wenige waren aber von denen die gesagt haben ja es liegt ein gewerbe vor haben wir ohne dass davon jemals in dem vertrag für 199 euro die rede war gesagt ihr kriegt einen widerspruch schreiben die antworten waren so auf so einem unterirdischen niveau vom gewerbeamt dass wir das uns einfach nicht gefallen lassen wir als ein beispiel wir sagen mein mandant xy betreibt hier einen meiner einen helium meiner und dann noch die ganze technologie erklärt wir haben das ganze thema rechtlich geprüft und steuerrechtlich geprüft und sagen dass nach unserer meinung ist helium mining kein gewerbe und da kommt die antwort zurück alles klar dominik bitcoin mining ist immer gewerbe vielen dank kannst du gewerbe anmelden habt ihr gar nicht zugehört dass ich gar nicht von bitcoin rede und wir gar nicht diesen großen aufwand brauchen der gerade fürs gewerbe spricht dass ich so viel geld investiere das war die eine antwort wo wir uns in der kanzlei dann halt auch gefragt haben habt ihr uns überhaupt zugehört habt ihr euch überhaupt diesen mehr seit dieses mehrseitige schreiben durchgelesen die andere die andere antwort auf unsere auf unsere aussage helium mining ist nicht gewerblich war dann klar ist crypto trading gewerblich danke boomer gewerbebeamt hat der hier eine antwort gibt mit der ich überhaupt nichts anfangen kann weil sie halt einfach ja eine andere frage beantwortet auf jeden fall nicht die die ich gestellt habe also ernüchternd aber andererseits ja auch nicht unbedingt die krasse überraschung ja jedenfalls alle die gesagt haben alle die anschreiben bekommen haben von wegen das gewerbe liegt vor da haben wir jetzt erstmal widerspruch eingelegt und dann wollen wir mal sehen wie die angelegenheit weitergeht weil nämlich die antwort bitcoin mining ist gewerblich ist halt jetzt ja wie gesagt beispielsweise nicht die richtige antwort auf die frage ganz kurz dazwischen könntest du ganz kurz erläutern was das bedeutet widerspruch einlegen ach so ja gut wir leben ja hier in der demokratie das ist gewerberecht und auch steuerrecht sind öffentliches recht öffentliches recht der unterschied zwischen dem zivilrecht sage ich mal wenn ich von dir noch fünf euro zu bekommen habe weil ich die gestern geliehen hätte das wäre wie rechtlicher bereich okay zwei menschen die gegeneinander was haben die ansprüche gegeneinander haben aber immer wenn ein ein organ des staates des bundes oder der länder beziehungsweise auch der gemeinden recht ausüben gegen einen menschen in diesem staat in diesem in diesem land oder in dieser gemeinde dann ist es ja so ein teil von diesem öffentlichen recht da wird eine entscheidung gegen einen einzelnen erhoben man sagt jetzt zum beispiel dominik ja mit deinem einen hotspot bist du jetzt gewerblich tätig und dann kann ich mir das gefallen lassen muss ich aber auch nicht genauso wie bei jedem knollen wenn wenn mir jemanden knollen verpasst weil ich angeblich falsch geparkt habe oder mir ich weiß es nicht auch im einkommensteuerrecht das ist ja so mein klassiker mir jemand sagt das arbeitstimmer das steht dir nicht zu dann kann ich aber dann muss ich mir das ja nicht gefallen lassen okay ich da argumente habe dagegen dann lege ich einspruch einem steuerrecht oder hier im gewerberecht nennt sich das ding halt dann widerspruch und dann müssen müssen die müssen die sich müssen die mir zuhören also dass mein recht auf rechtliches gehör und müssen mir dann eine qualifizierte antwort geben weil nämlich auf dem niveau halt ja klar ist bitcoin mining gewerblich ist halt auf dem niveau kann man nicht mit einem bürger und einer bürgerin dieses landes umgehen okay alles klar genau alles klar also ist da der streit nicht ausgefochten danke dass du nochmal nachgefragt hast das ist ja so immer wenn man irgendwie tief in einem genau drin steckt der widerspruch als jetzt für mich nicht zu erklären aber genau wie gesagt viele von euch haben ja damit noch nicht zu tun gehabt also habt ihr für das diese eigentlich für die anschreiben haben ein paar von euch nur für das anschreiben bezahlt und jetzt diesen widerspruch obendrauf bekommen weil es natürlich mich auch juckt die ganze angelegenheit geht ja erstens darum dass niemand im nachhinein euch vorwerfen kann dass ihr ein gewerbe habt das aber praktisch wissentlich nicht angezeigt habt das kann mich dann zu einer ordnungswidrigkeit führen oder im besten fall halt dann sogar damit durchkommen dass es kein gewerbe ist und dann ganzheitlich und langfristig die rechtsfrage halt auch klären dass wir zukünftig sowas nicht mehr machen müssen weil wir wissen aha wenn man jetzt hier weiß ich nicht fünf miner hat dann ist es noch kein gewerbe oder so wäre ja wäre ja eine realistische regelung ja mit denen die menschen auch leben könnten auch wenn es rechtlich vielleicht fragwürdig ist ob ich mit zehn minern jetzt ein gewerbe habt würde ich immer noch bezweifeln aber dann wüsste man wenigstens woran man ist genau das waren ja eigentlich die beiden intentionen von dem schreiben und wie gesagt weg zu blocken dass euch jemand unterstellt dass ihr ein gewerbe habt dass ihr aber dann erst nachdem es zwei drei jahre später rauskommt dann dann wirft euch jemand vor dass ihr es bewusst nicht angezeigt habt und macht dann noch dann obendrauf noch ein ordnungswidrigkeitsverfahren ja das war eigentlich so die idee und genau das haben wir bisher auch das hat ja dann bisher auch geklappt bei dem widerspruch muss man jetzt mal schauen was rauskommt da haben wir auf jeden fall noch das eisen im feuer und oder anders ausgerückt dass das letzte wort noch nicht gesprochen und dann wollte ich euch aber auch noch mal kurz darlegen was denn überhaupt das zu bedeuten hat man beachte wie schön der dominik hier die cliffhanger aufbaut damit für das nächste mal für den paar drei vom follow-up damit du mich wieder einlädst genau genau staffel 1 vielleicht auch noch eine zweite staffel mal schauen wobei ich nicht dafür sorge getragen habe dass ich bei 50 prozent noch keine antworten haben natürlich auch zugute halten war ja von dir auch nur ein spaß wie ich das einschätze also dann würde ich jetzt mal gern kurz den bildschirm teilen und euch noch mal ganz kurz darlegen was hat das überhaupt zu bedeuten mit diesem gewerbe bildschirm müsste man jetzt sehen markt ja ja okay also die große frage war ja gewerbebetrieb oder sonstige einkünfte weil wenn ihr nach meiner ansicht heute mining betreibt das ist immer steuerpflichtig das ist immer einkommensteuerpflichtig die frage ist nur ist es gewerblich ist es ist ein gewerbetrieb den ihr ausführt oder sind das sonstige einkünfte aber wenn ihr da jetzt in der woche 100 euro verdient damit dann müsst ihr die am jahresende zusammenrechnen und auf diese auf diesen gewinn oder diese einkünfte dann am ende des jahres eure einkommensteuer zahlen nur es gibt ein paar unterschiede zwischen dem gewerbetrieb und den sonstigen einkünften und die möchte ich euch einmal ganz kurz darlegen also beim gewerbetrieb ist es so dass wir diese buchführung beziehungsweise aufzeichnungspflichten haben im sinne der grundsätze ordnungsgemäß ordnungsmäßigen führung von und aufbewahrung von büchern komplizierter satz ich habe mich auch selber versprochen also buchführungs und aufzeichnungspflicht im sinne der grundsätze ordnungsmäßigen ordnungsmäßiger führung und aufbewahrung von büchern und was bedeutet das eigentlich naja das ist dass diese sache mit soll und haben ich muss jeden ein jeder einzelne transaktion auch noch in einem buchführungssystem umsetzen ist ziemlich abstrakt für euch aber naja vielleicht glaubt ihr mir ich mache das den ganzen tag eine buchführung die macht mehr arbeit als diese angelegenheit nämlich bei den sonstigen einkünften haben wir eben keine buchführung beziehungsweise aufzeichnungspflicht im sinne der gobd jedoch trotzdem ist eine datenaufbereitung nötig also ich muss die daten so oder so aufbereiten ich muss genau wissen weil das finanzamt hat ja keine lust euch helium token zu besteuern sondern die wollen nur die einzige währung die es in deutschland gibt und staatlich anerkannt ist das ist halt der euro alles umgerechnet jede einzelne transaktion umgerechnet dann wird das aufbereitet so und wenn ich seine buchführung aufstellen muss dann führt nachdem ich die ganzen daten aufbereitet habe muss ich noch mal jemanden da dran setzen der diese ganzen daten in pc einträgt im buchführungssystem und eben nicht einfach als excel tabelle der einkommensteuererklärung anhängt und dann habe ich im nächsten schritt eine überschussrechnung und jahresabschluss beim gewerbebetrieb oder bei den sonstigen einkünften eben gerade keine pflicht zur aufstellung einer einnahmenüberschussrechnung oder eines jahresabschlusses jedoch trotzdem wieder ermittlung der einkünfte ich kann mir vorstellen dass es für viele von euch sehr abstrakt ist weil es ist ja schon irgendwie ähnlich aber auch hier noch mal es macht einfach um sehr viel mehr arbeit jahresabschluss aufzustellen nachdem ich mir schon vorher die arbeit mit der buchführung gemacht habe als hier einfach nur die einkünfte zu ermitteln so und dann geht es mit ein bisschen greifbaren facts weiter beim gewerbetrieb habe ich die gewerbesteuerpflicht ich schreibe womöglich gewerbesteuerpflicht weil die gewerbesteuer waren einkünfte erst pflichtig werden ab einem gewinn von 24.500 euro da kann man ja beim aktuellen kurs auch tatsächlich ein paar hotspots hinstellen die dann und bleibt und bleibt unter 24.500 euro gewinnen das sind ja 2000 euro im monat wenn ihr das umrechnen wollt also da habt ihr schon ein bisschen was ein paar geräte für euch laufen und wer trotzdem noch gewerbesteuer frei und auch danach ist die gewerbesteuer abhängig von eurem hebesatz das kennen einige von euch auch also ich sag mal hier bei mir in der nähe große metropole frankfurt am main da ist der gewerbesteuer hebesatz größer als im ländlichen gebiet also der gewerbesteuer hebesatz ist höher und je höher der gewerbesteuer hebesatz ist desto höher ist der steuersatz ich habe hier geschrieben zwischen 13 und 16 prozent ist er meistens aber auch hier habe ich ein kleines trostpflaster bis zu 14 prozent bekomme ich den am ende bei der einkommensteuer erklärung bekomme ich die gewerbesteuer wieder das heißt wenn ich in einer hochpreisigen gemeinde lebe werde ich mit mein gewinn der über 24.500 euro ist am ende mit der differenz zwischen 16 und 14 also zwei prozent versteuert ist jetzt auch nicht so die welt und ich habe die pflicht zur abgabe einer gewerbesteuer erklärung hier wie hier einfach verwaltungsaufwand den ihr euch bei den sonstigen einkünften spart weil auch hier seht ihr keine pflicht zur abgabe einer gewerbesteuer erklärung und dann haben wir aber am ende ein fact der ist beim vergleich identisch einkommensteuerpflicht mit individuellem steuersatz so das war jetzt ein kleiner crashkurs in den in die einkunft in den einkunftsvergleich gewerbebetrieb versus sonstige einkünfte und ich beende die bildschirmteil funktion nachdem ihr das jetzt gehört habt dass der großteil eigentlich identisch ist außer bei der gewerbesteuer und da auch ja können wir es darauf reduzieren da auch da aus auch der großteil unproblematisch wollte ich sagen können wir es darauf reduzieren dass es einfach nur ein bisschen mehr arbeit macht also das gewerbe ist nicht so arg natürlich trotzdem schön es wegzubekommen aber jetzt ist in der zwischenzeit zwischen dem letzten video bei dir marco und vor ein paar wochen bei uns noch was cooles passiert was nicht nur die community deine community die am die meinen interessiert sondern auch andere interessieren kann nämlich wir haben selber ein ein buchhaltungsprogramm also ein buchhaltungsroboter könnte man es vielleicht nennen programmiert der aus den daten aus der aus der wallet oder aus der block chain buchungssätze schafft das heißt das was bis vor einer weile jetzt wirklich noch so ich meine die steuerberater rechner manchmal buchungssatz auch unabhängig von krypto und dann buchungssatz kostet ein euro oder kostet 50 cent dann könnt ihr euch vorstellen wie viele transaktionen ihr habt wie oft passiert denn da irgendwie eine transaktion bei einem trade bei so einem staking reward bei einem mining reward ja teilweise mehrmals pro tag mehrmals pro stunde je nachdem was man macht das heißt diese ganze angelegenheit auch ich in der beratung die heute habe ich immer gefragt ich würde gerne das entkoppeln von meiner selbstständigkeit ich bin jetzt irgendwie designer ich bin programmierer selbstständiger und ich möchte da eine eigene rechtsform davor haben ich möchte eine gmbh oder sowas dafür gründen und dann habe ich gesagt bitte sei vorsichtig weil nämlich das kann sein dass da der verwaltungsaufwand die bilanz zu erstellen und die buchführung aufzustellen hier die ja ganz schöne kosten produziert und das ist jetzt so dass man diese angelegenheit hier bei uns mir ist nicht bekannt dass das eine andere kanzlei auch von den großen diese 100 berufsträger haben und so da haben wir auch ein bisschen sind wir auch ein bisschen stolz auf uns dass uns das gelungen ist ein paar kanzleien die tun sich auch in crypto steuer die haben wie gesagt 10 20 oder 100 berufsträger wir sind drei berufsträger in der kanzlei und ein paar mitarbeiter und haben das jetzt in unserer freizeit noch dieses ding hier auf die beine gestellt das ist eine coole angelegenheit und das eröffnet uns neue möglichkeiten also ich bleibe aber trotzdem natürlich bei der empfehlung wer dem es gelingt hier aus der gewerblichkeit rauszukommen der braucht natürlich auch das tool nicht und hat es viel einfacher und spart sich die gewerbesteuer erklärung die buchführung und den jahresabschluss und die jenigen von euch die ein viel größeres engagement haben die zum beispiel anfangen ihre hotspots bei der oma bei den eltern bei dem kumpel und so weiter aufzustellen die dann auch noch daran partizipieren zu lassen dass die vielleicht in einem schönen hexagon da jetzt gerade irgendwie wohnen und dann und dann sagst du sagte denen ja da kriegst halt 50 euro von mir dafür soll es auch irgendwie was daran partizipieren da kann es sein dass die grenze zum gewerbe überschritten wird und dann ergibt es auch mit diesem tool sind wer jetzt in anderen worten es ist ein fließender übergang da gibt es aktuell keine eindeutige grenze habe ich dich richtig verstanden genau aktuell gibt es gar nichts dazu aber gut das wird im laufe der zeit kommen und ich glaube dass es auf sowas hinauslaufen wird also wer das professionell macht wer anfängt diese dinger bei anderen menschen in die wohnung zu platzieren das ist bestimmt gewerblich und wer aber auch aus anderen gründen vielleicht damit in der gmbh gehen möchte oder sowas dann bin ich sowieso in dem thema buchführungspflicht drin und dann könnt ihr euch auch gerne auf jeden fall melden und ansonsten das anschreiben steht auch noch wer das noch haben möchte ich denke zumindest für diese angelegenheit dass man das dem finanzamt angezeigt hat ist es auch auf jeden fall nützlich oder ihr macht es selber wie gesagt ich brauche hier dieses anschreiben jetzt auch nicht abzusellen aber es ist es hat es hat das hat auf jeden fall ein anderes niveau wie wenn man sagt ich habe hier ein meiner andere wo ich auch dazu sagen wenn jemand einfach nur sagt guck mal ich habe dann meine ich glaube der ist nicht gewerblich kann ich mir auch vorstellen dass der ein oder die andere finanzbeamtin oder gewerbebeamtin sagt auch komm weißt du was deswegen ich durch na also ja also man darf auch nicht vergessen bei behördengeschichten in deutschland auch wenn alles relativ bürokratisch ist es teilweise tatsächlich immer noch so dass manche entscheidungen und da kannst du gerne ein veto einlegen wenn du sagst ich ich sage hier die unwahrheit ist es so dass es tatsächlich oft darauf ankommt bei wem landet deine frage dein sachverhalt auf dem tisch und das ist dann auch am ende subjektiv ist und das sind teilweise verschiedene antworten darauf erfolgen können oft gleiche fragen nur basierend darauf bei welchen sach bearbeitet es gelandet ist ich glaube allerdings dass was die gewerblichkeit angeht dass die meisten meiner zuschauer tatsächlich ein gerät haben weiß ich nicht wie viel das in prozent ist aber ich glaube für die meisten können wir jetzt nicht als fazit sagen mit einem meiner hast du kein gewerbe sondern so wie ich das verstanden habe die wahrscheinlichkeit dass das gewerbeamt bei einem gerät sagen wird dass du ein gewerbe vorliegt ist er gering das ist die weil ich kann mir gut vorstellen dass hier einige vielleicht ein bisschen enttäuscht sind vom video und sich denken ja was kann ich jetzt mit dieser informationen anfangen wie helium selber würde ich sagen ist das erfragen ob eine gewerblichkeit vorliegt oder nicht pioniers arbeit und man kriegt da mal ein ja mal kriegt da mal nein aber generell aus eigener erfahrung würdest du sagen je größer man das ding aufzieht es wahrscheinlicher ist es ist desto als antwort bekommen wird ja es ist ein gewerbe aber wenn du ein meiner zu hause bei dir stehen hast und wie gesagt im vergleich zum proof of work mining ist der vergleich nicht ist der aufwand nicht vergleichbar und relativ gering dann ist die chance groß aber nicht bei null dass wahrscheinlich kein gewerbe vorliegt ja genau das sehe ich genauso ist es genau richtig was du sagst wir haben hier einen großen ermessens spielraum das heißt es kommt wirklich auf den menschen darauf an der das dann dazu entscheiden hatte ich hatte selber ein telefonat geführt das fand ich auch ganz erfrischend dass die dame einfach mit sprechen wollte auf dem gewerbeamt der bundesrepublik und wollte sich darüber mal kurz austauschen und das war jetzt irgendwie eine die soll auch für ein interview reinkommen das war eine ganz kleine gemeinde die ich auch noch gar nie gehört hatte und die hat dann extra den kommentar zur hand genommen also wenn das recht nicht hilft dann nimmt man so ein kommentar in der rechtspflege oder überhaupt im ganzen juristischen bereich und dann hat sie das und dann hat sie mir gesagt das passt das ist kein gewerbe ja nachdem ich mich mit ihr darüber unterhalten habe und dann gibt es aber andererseits auch da hatten wir es mit mit der stadt münchen da sage ich mal okay münchen die haben die sind ja müssten ja bis moderner sein da sind glaube ich so 12 helio meiner da unten und dann könnte würde ich eigentlich von so einer behörde erwarten dass sie sich damit intensiv zusammen auseinandersetzen und die sagen ja quatsch ist immer ich habe im landratsamt telefoniert das ist immer gewerbe ja so was hat denn das landratsamt dazu entscheiden wenn es einfach das recht das nicht hergibt also es ist ja es ist wirklich wirklich ermessen spielraum wie du sagst und ja genau ich meine wie gesagt ich brauche diese dinger hier nicht ab zu verkaufen aber andererseits marco du sagst auch gerade ist es pioniersarbeit wenn wenn es nicht menschen gibt und ich habe mich da jetzt auf helium so ein bisschen festgefahren und ansonsten ich kann gar keinen steuerberater von meinen kollegen der überhaupt sowas macht und versucht hier herauszufinden was hier los ist bei so einem bei so einem netzwerk wie helium da was was ist mit den minern und dann haben wir halt jetzt da ein paar dinger rausgehauen und wenn wenn dann die antworten wenn wir da ein paar behörden davon überzeugt haben dann kann ich ja den nächsten denn der sagt ja das ist ein gewerbe auch mal die frage stellen na ja fühlt sich das für dich nicht komisch an dass du der einzige bist in deutschland der das so behauptet und dann kann man da vielleicht auch so ein bisschen druck aufbauen und das funktioniert halt dann nur durch solche sachen also ich freue mich auch wenn mir jemand einfach eine e mail schreibt und sagt guck mal ich habe da das helium schreiben einfach selber mir entworfen und und es hat geklappt oder sowas ich bin bei der gemeinde xy gerne kannst du die information anonym ohne meinen namen zu nennen verwenden davon habe ich auch was ich will ja einfach nur auf das thema vorantreiben weil mir das freude bringt und weil ich auch den zustand nicht als haltbar erachten an dieser stelle auch ein kleiner hinweis dass es auf dem discord server von crypto marco den ihr in der beschreibung verlinkt findet gibt es auch einen kanal extra für steuer fragen da wird natürlich selbstverständlich dies und das letzte video markiert und da kann auch wenn jemand von euch aktuell das video sieht und auf meinem discord ist und irgendwie solche interessanten informationen mit den anderen teilen möchte gerne reinschreiben oder aber wenn jemand informationen hat diese informationen teilen möchte kann es auf discord reinschreiben oder dem domi schicken oder ich sehe es erst auf discord und schicke ist dann den domi einfach nur das wie so eine ja ein fundus an wissen haben wann ja gesagt wird wann nein gesagt wird vor allen dingen was die argumentation da ist und da kommen wir dann auf jeden fall auch voran und man darf auch eine sache nicht vergessen also das auch vorhin angesprochen es gibt ganz klein die würden dafür teilweise 2k verlangen ich glaube auch dass viele die dich angeschrieben haben dass dadurch dass sie eben dass er helium betreiben vielleicht das erste mal mit dieser steuer thematik professionell in anführungszeichen in berührung gekommen sind und ich weiß jetzt nicht was da die preis range ist aber mir persönlich wenn ich mir vorstelle selber ein schreiben verfassen und im hinterkopf haben okay ich könnte da einen fehler machen und weiß auch nicht lege im zweifel auch keinen einspruch ein obwohl ich anspruch legen könnte oder jemanden dafür bezahlen und ich weiß der macht das ordentlich also mir wäre der betrag der du genannt hast da dieses seelenheil durchaus wert und ich habe selber erst vor kurzem einen jahresabschluss bezahlt bei meiner steuerberaterin und aktuell korrigiere mich wenn ich da falsch liege ist die lage in deutschland so dass man eigentlich froh sein kann überhaupt irgendwas mandant aufgenommen zu werden weil tatsächlich du kennst es selber die das arbeitspensum unmenschlich ist teilweise und es mehr mandanten gibt als es kanzleien gibt dementsprechend ist meine einstellung da also man kann froh sein wenn sich das jemand zur hand nimmt und da nicht exkominante preise verlangt und was eine sache auch sehr wichtig ist und die sehe ich auch und die fühle ich bei domi ist würde es dir würde es geht ja hier bei der sache eindeutig nicht ums geld ist es macht ihr spaß ist es ich sehe es auch ein bisschen als ein hobby und ein bisschen mit leidenschaft dabei weil jemanden denen es nur ums geld geht ich glaube der hätte erstens mal dass diese ganze sache überhaupt nicht erst angenommen weil es nicht so eine zeit wert wäre als steuerberater da kann man andere sachen machen und merken mehr geld damit verdienen und ich würde das er auch so ein bisschen als deine leidenschaft kategorisieren aber das habe ich ja schon beim letzten video über dich gesagt ich glaube ich glaube man muss auch in dieser thematik also wer würde sich denn freiwillig mit gewerbeämtern finanzämtern rumschlagen um crypto fragen zu beantworten zu bekommen also das geht gar nicht anders man muss da wirklich interesse und leidenschaft dafür haben meiner meinung nach dann das geht also das genau das macht mir spaß und ganz ganz vielen dank für das vielen dank für das feedback das ist auch so das macht mir spaß und da ist jetzt diese diese helium mining angelegenheit ist jetzt ist jetzt nicht das wo ja wo jetzt wirklich so die musik spielt sage ich mal ja aus der unternehmerischen perspektive aber halt gerade wegen dieser wie ich vorhin schon sagte das ist halt einfach ich finde halt so ein untragbarer zustand ist dass es überhaupt nicht geklärt ist na was 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 da auf jemanden zukommt und so und das ist halt schon wird mich freuen wenn wenn ich dann teil dazu davon war halt auch das herauszufinden und irgendwann in fünf jahren weiß man ja wie das ist weil ich das thema vielleicht auch hier bei einigen menschen auf den tisch gebracht habe und zur sprache gebracht habe und ja genau das ist eigentlich so ein bisschen da der treiber aber ja ansonsten was mich überstrapazieren was mich interessieren würde es gibt ja durchaus bereits jetzt schon software lösungen für steuer geschichten aber ich würde durchaus gerne persönlich aber auch vielleicht für die community einen blick auf diese software werfen wie weit ist es kann man das machen testen und vielleicht irgendwann mal ein video machen ist das bereits oder ist es schon so weit dass du sagen kannst das ist theoretisch kann man das bei euch erwerben weil das ist das hast du vorher gar nicht erwähnt dass du ja jetzt erst im video erwähnt das software also was ist da der aktuelle stand ja gut also der stand ist eigentlich der da gibt es da gibt es nichts zu zeigen das ist nicht schön oder sowas das ist halt einfach nur das ist halt einfach nur ein programm dass die informationen umrechnet da kommen die ganzen informationen die auf der blockchain liegen und am ende gibt es halt in den buchführungsprogramm ein standard und den können die buchführungsprogramme importieren und wir haben in diesem programm halt die möglichkeit geschaffen dass die daten aus der blockchain in diesem standard den man im buchführungsprogramm importieren kann halt dann umgerechnet werden und deshalb für ein video ist es ergibt es ergibt keinen sinn weil das sind einfach nur das ist so wie stell dir vor halt einfach nur so aski aski codes na wenn du einen quellcode oder sowas rein schaust das ergibt du wirfst die datei rein und dann rechnet der und dann kommt eine andere datei raus und dann hat man diese hat man die möglichkeit da was halt dann in buchführungsprogramm zu importieren das ist wie gesagt unspektakulär das ergebnis dessen ist sehr spektakulär weil man halt zum beispiel bei einer high frequency trading gmbh oder sowas so nenne ich das wenn die leute halt anfangen sich ihre bots zu schreiben die dann hier arbitrage trading betreiben dann haben die halt keine ahnung 500 trades am tag teilweise mehr und das und das ist halt das ergibt halt dass so ein risiko wollen die vielleicht hat dann auch einfach abschirmen von sich privat und da gibt es halt die gute alte gesellschaft mit beschränkter haftung und wenn ich die gründe dann kann ich da kann ich das da drin machen aber wie gesagt bisher habe ich den ganzen leuten halt das ausgeredet nicht zuletzt wegen 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 dem steuerberaterhonorar ein buchungssatz 1 euro oder gut vielleicht habe ich es auch für 80 cent ja dann sind halt irgendwie doch halt immer noch am ende ziemlich viele kosten und ein teil von der arbitrage ist aufgefressen wenn nicht alles ja und deshalb ging das die ganze zeit nicht und jetzt jetzt geht es halt das ist ein thema und ich weiß nicht inwieweit deine community auch in dem thema drin steckt weil ich kann mir gut vorstellen dass viele aktuell in den bildschirm rein schreien zeig es uns wir wollen es sehen nichts zu sehen das ist einfach nur das back end das sind wir haben das nicht schön gemacht ich will nicht ich will nicht das programm verkaufen ich möchte da ich möchte dann selber die jahresabschlüsse gerne machen sonst keiner machen wie keiner machen konnte halt das finde ich interessant aber da muss ich mich wo ich mich auch noch ein bisschen sortieren das ganze thema ist noch recht jung aber was ich gerade noch sagen wollte ist jetzt auch noch mal so eine ganz eigene fallgruppe in diesem großen in dieser großen welt der crypto enthusiasten sag ich mal der crypto szene die menschen die damit derivaten also futures und dergleichen handeln also ich muss ja nicht nur am spot handeln ich kann indem ich mir jetzt ein bitcoin kaufe und hoffe dass der nächste woche mehr wert ist dass ich dann hält den mit gewinnen wieder verkaufe sondern ich kann ja auch ein termingeschäft dass die börsen anbieten kaufen und hier war es so dass da ja eine verlustabzugsbeschränkung vorliegt von 20.000 euro das heißt bei trading ist es ja immer so ich gewinne mal ich verliere mal und am ende habe ich ein bisschen was gewonnen machen wir ein beispiel ich habe jetzt letztes jahr als beispiel 120.000 euro gewinne gemacht und 100.000 euro verluste gemacht in der crypto welt da habe ich unterm strich doch 20.000 euro gut zwar auf 20.000 euro meine steuer da ist die welt in ordnung ist doch gut ein schöner nebeneffekt habe ich ja irgendwie nebenbei gemacht und nicht dafür ab nicht dafür arbeiten gegangen so jetzt war ich dasselbe mit termingeschäften und bei den termingeschäften machen wir dasselbe beispiel ich habe 120.000 euro gewinne und 100.000 euro verluste aber ich darf die verluste nur in höhe von 20.000 euro abziehen also ziehe ich von 120.000 euro gewinn nur 20.000 euro ab habe ich auf dem papier 100.000 euro gewinn obwohl ich in wirklichkeit nur 20.000 euro übrig habe ich habe unterm strich 20.000 euro mehr cash als letztes jahr auf dem konto ich habe 20.000 euro gewinn aber beim finanzamt muss ich 100.000 euro als gewinn erklären darauf zahle ich 25 prozent steuer und du merkst ich habe 25.000 euro steuer gezahlt obwohl ich nur 20.000 euro habe das heißt ich habe drauf gelegt wegen der steuer und das ist natürlich absurd und aus diesem grund war es super attraktiv in eine gmbh zu gehen weil diese regelung der verlustabzugs beschränkung von 20.000 euro in der gmbh nicht gilt und all diejenigen die jetzt hier richtig spaß an derivaten hatten wir haben eigentlich nur darauf gewartet dass das irgendjemand buchen kann und damit geht es jetzt los oder wie gesagt auch aus anderen gründen ja nun geschäftspartner zusammen richtig investiert 100.000 euro eingeworfen und dann gehört die gmbh dem und mir das ist auch so ein use case ja genau also mit der gmbh bekommen ja ist okay aber aber ich meine du bist natürlich sehr tief in der materie drin und unter unter 30 jährige würden zu zu diesen gmbh gründen und das ganze umgehen einfach nur system gedribbelt sagen aber cooler 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 vergleich auf jeden fall wie man mit einer gmbh einfach nur indem man so eine geschichte gründet was für ein unterschied das auf dem papier machen kann also fantastisch was da was da teilweise möglich ist ja genau wir sind da auch also das ist jetzt so was weil ich sage da spielt auch wirklich die musik das helium mining das macht auch spaß das ist auch cool aber das ist wie gesagt jetzt nicht dass wo die musik spielt wie ich mich vorhin auch schon mal sagte genau für dich ja ja richtig wobei auch für die für die für die für die crypto meiner wenn du sagst der großteil von von denen ist halt einfach hat halt nur einen hotspot dann gibt es da vielleicht auch irgendeinen workaround dann sagt man dem sagt man dem finanzamt ich kann crypto nicht buchen und ich mache da jetzt trotzdem einfach nur die excel tabelle das wird vom finanzamt auch durchgewunken ich war ja vorher beim recht was ich euch gesagt habe überschuss rechnung jahresabschluss buchführungspflicht in der praxis sieht es dann manchmal auch ein bisschen anders aus und da werdet ihr vielleicht eine absprache finden von daher so so schlimm ist es vielleicht auch nicht aber genau rechtlich rechtlich interessant in der praxis naja findet ihr vielleicht auch so ein workaround oder wir schreiben halt dieses an wir setzen dieses anschreiben auf wie ihr meint alles klar auf jeden fall findet man all das was man braucht in dem in der beschreibung unter diesem video den link dazu theoretisch also wie ich sage in jedem video stellt eure fragen unter dem video ich versuche sie schnell wie möglich zu beantworten aber in diesem fall muss ich ganz ehrlich und transparent mit euch sein ich bin natürlich kein steuerberater kann es euch nicht beantworten dominik hat auch leider wahrscheinlich nicht die zeit unter dem youtube video jeden einzelnen kommentar zu beantworten vielleicht ab und zu aber daher würde ich er hat sich gemeldet unter dem video das ganze er als ein diskussionsforum zum austausch untereinander einsehen oder was möchtest du da noch erwähnen genau danke ich wollte ganz kurz ergänzen dass dass wir da jetzt auch noch mal ein bisschen mehr mitarbeiterkapazitäten in dem bereich crypto haben und dass ich mir ganz gut vorstellen kann dass wir da jetzt auch die nächsten tage und wochen am anfang passiert ja meist sehr viel da dann auch noch ein bisschen antworten und ja ich meine rechtsberatung hat immer auch was mit haftung zu tun für das was ich sage ganz wichtig gerade stehen und so ich weiß nicht auch wenn ich versuche hier ein moderner steuerberater zu sein im jahre 2022 ist so rechtsberatung in der kommentar sektion von youtube zwischen dominik freber den skippt den ihr findet unter dem namen und dann irgendwie jemandem mit einem alias rumpelstil ziel ja ist halt dann ist er dann so ein bisschen so eine sache halten von daher ja werde ich da ein bisschen was dazu schreiben in dem rahmen in dem wir das möglich ist vielen dank vielen dank also das wissen wir sehr zu schätzen alles klar vielen dank dass ich da sein durfte genau ja und natürlich auch wie immer leute wenn ich das video gefallen hat like das abonniert den kanal mit glocke um solche videos nicht mehr zu verpassen alles was du dominik und ich in diesem video gesagt haben kategorisiert man theorie eher als eigene meinung eigene recherche als natürlich wie er eben gesagt hat rechtskräftige beratung und at the end of the day do your own research wie sind die meisten von uns sind erwachsen mündig volljährig und für die eigenen finanzentscheidungen und auch für den für das alles was damit einhergeht verantwortlich selbstverständlich ich sage das nicht nur um mich abzusichern in den videos ich weiß ehrlich gesagt nicht ob das eine rechtskräftige absicherung ist aber einfach nur um immer wieder die leute daran zu erinnern hey es ist deine eigene verantwortung wenn irgendein random youtuber übers hype schiebt auf einen coin und du dann und dann du da investierst und das nicht so läuft wie du möchtest oder irgendein nfc natürlich was sehr beliebt ist dann kann man sagen oder wieso youtuber hat da etwas empfohlen und dann ist die frage warum tust du dann erspartes daher hinein investieren haben sich viele leute die hände verbrannt und da muss man natürlich arg 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 vorsichtig sein dominik du möchtest noch etwas sagen ja genau nur eine kleinigkeit wer bei mir auf dem laufenden bleiben möchte der geht am besten bei uns auf die homepage in den bereich stw-frewa.de crypto da gibt es die newsletter und wir sind gerade dabei auch neu facebook und so weiter aufzuziehen dass wir da auch ein bisschen mehr uns wieder tummeln und genau also das ist ja wir sind ja irgendwie so ein bisschen kollegen sage ich mal in diesem crypto bereich und du machst deine pionierarbeit dort und ich hier und wie gesagt wenn es interessiert der gerne den newsletter abonnieren über den erfahrt ihr dann auch wenn es neue social media kanäle gibt die wir dann bespielen und vielleicht hat auch so eine neue dienstleistung wie diese angelegenheit oder halt auch für all diejenigen die sich interessieren für diese crypto buchhaltung genau 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 ich glaube ich habe beim letzten mal das ad crypto und den newsletter glaube ich auch verlinkt beim letzten video das werde ich dann wahrscheinlich genauso machen dieses mal und in der video beschreibung findet man auch natürlich super meiner bei denen man rabatt bekommt wenn man einen discount code benutzt wenn man mich unterstützen möchte aktuell hat da panther bei den lieferzeiten zum beispiel die nase weit vorne die leute bekommt sie innerhalb von zehn tagen aber denkt natürlich auch an den zoll und denkt natürlich daran dass es ein langfristiges investment ist und so betrachtet werden sollte und ja damit würde ich sagen dominik tausend dank dass du dir die zeit genommen hast und ich hoffe wir hoffen dich zeitnah bald wieder begrüßen zu dürfen wenn es ein voller terminkalender denn zulässt hoffentlich nicht in erst in drei oder vier monaten sondern vielleicht ein bisschen früher alles klar gerne ich machen kann macht's gut dankeschön